Musik Bevor ihr hier anfangt, müsst ihr drei Sachen auf jeden Fall wissen. Erstens, was ist ne Menge? Zweitens, was ist ein Körper? Drittens, was ist ein Vektorraum? Wisst ihr es? Dann mal ab! Gucken wir uns mal die Menge von allen natürlichen Zahlen an. Die sehen auf dem Zahlenstrahl ja so aus. Wie weit ist die 1 von der 3 weg? Richtig, 2. Das ist der Abstand von den zwei Elementen. Den Abstand nennen wir mal d. Und damit wir wissen, zwischen welchen Zahlen wir den genommen haben, schreiben wir die zweimal dahinter. Formal ist so ein Abstand erstmal folgendes. Ne Abbildung, die zwei Elementen x und y irgendeine reelle Zahl zuweist. Und das ist dann eben der Abstand. In unserem Beispiel nehmen wir den Abstand von zwei natürlichen Zahlen. Also wie zum Beispiel den von der 1 zur 3, der 2 ist. Der von der 3 zu 1 ist ja immer auch 2 weg. Die sind also gleich. Weil was macht ihr, um den Abstand rauszukriegen? Ihr rechnet aus, was 1-3 oder 3-1 gibt und nehmt davon den Betrag. Zwei Sachen sehen wir da dran schon. Erstens, ein Abstand zwischen zwei Elementen darf nie kleiner als 0 sein. Also d von beliebigen Zahlen x und y ist immer größer gleich 0. Wenn er genau 0 ist, haben wir den Abstand zwischen dem Element und sich selber ausgerechnet. Dann ist also x gleich y. Logisch, wenn du vor einem stehst, hast du einen Abstand, der größer ist als 0. Wenn du hinter einem stehst, ja genauso. Hoffentlich. Das Ganze nennt sich positive Definitheit. Das zweite, was wir da dran sehen, ob wir den Abstand von der 1 zu 3 oder den von der 3 zu 1 ausrechnen, ist egal. Also muss die Reihenfolge in der Abstandsfunktion egal sein. Das nennt sich Symmetrie. Könnt dazu jeden Boxer fragen. Wenn ihr den hauen könnt, kann er euch auch hauen. Außer erst Chuck Norris, Hans Sarpay oder Mohammed Adi. Dann kann nur er euch hauen. Die dritte Sache ist, bei den natürlichen Zahlen ein bisschen blöd zu sehen. Vielleicht mal an einem alltäglichen Beispiel. Wenn ihr zu eurer Oma nach Hintertupfing fahrt, würdet ihr ja auch nicht noch in Buxtudeln inzwischen Stopp machen. Weil der Weg ja mit nem Halt irgendwo im Nirgendwo auf jeden Fall mal nicht kürzer wird. Der wird nämlich höchstwahrscheinlich immer länger. Back to Math. Egal was ihr für nen Umweg über ein drittes Element Z nehmt, der ist immer länger oder gleich lang. Das heißt Dreiecksungleichung. Kann man sich bildlich perfekt vorstellen. Wenn ihr im Dreieck lauft, lauft ihr ne weitere Strecke. Hier die grüne Linie ist länger als die weiße. Und wenn der Umweg Z schon auf der Strecke liegt, dann ist quasi gleich groß. Deswegen das größer Gleichzeichen. Wir haben hier das D die ganze Zeit Abstandsfunktion genannt. Das Fachwort dafür ist einfach Metrik. Damit die Funktion D wirklich ne Metrik ist, müsst ihr gerade zeigen, dass die drei Sachen gelten. Wenn eure Abbildung D die drei Bedingungen erfüllt, ist es ne Metrik. Wenn nicht, dann ist es keine Logo, sondern nur irgendeine dahergelaufene Abbildung. X, Y und Z waren bei uns eben natürliche Zahlen. Man kann aber auf allen Mengen ne Abstandsfunktion definieren. Klingt zwar komisch, aber Mathematiker machen das gerne. Das zweite Wort ist die Norm. Haben wir extra an zweiter Stelle gemacht, weil's dem anderen ziemlich ähnlich ist. Wir haben wieder ne Abbildung. Die Abbildung schreiben wir mal mit so zwei Doppelstrichen und nem Punkt als Platzhalter für was zum Einsetzen. Der erste Unterschied. Diesmal haben wir ne Abbildung von nem Vektorraum auf die reellen Zahlen. Eine Norm, die ihr alle kennt. Der Betrag von nem Vektor in drei Dimensionen. Der ist ja einfach die Wurzel aus den einzelnen Teilen zum Quadrat addiert. Und da kommt ne reelle Zahl raus. Natürlich ist wieder nicht jede Abbildung von nem Vektorraum auf die reellen Zahlen ne Norm. Aber die Bedingungen sind so ähnlich wie die von der Metrik. Die erste. Wieder positive Definitheit. Die Norm von nem Vektor ist immer größer oder gleich Null. Und wenn sie gleich Null ist, ist der Vektor der Nullvektor. Ist ja auch irgendwo logisch. Euer Betrag, den ihr aus der Schule kennt, gibt euch ja die Länge vom Vektor an. Das wieder bildlich vorgestellt. Die Länge vom Vektor ist ja immer größer als Null. Egal in welche Richtung ihr lauft. Außer ihr bleibt auf der Stelle stehen. Ihr faulen Säcke. Dann ist eben Null. Weiter zu den Bedingungen. Die dritte ist auch so ähnlich wie vorn bei unserem Abstand. Dreiecksungleichung. Wenn ihr zwei Vektoren zusammenzählt und davon die Norm nehmt, ist das kleiner oder gleich, wie wenn ihr von beiden die Normen zusammenzählt. Sehe bei unseren Vektoren zum Beispiel wieder so aus. Die Länge von dem weißen Gesamtvektor ist kleiner als die Länge von den beiden einzelnen zusammen. Fehlt noch eins. Die Bedingung zwei. Dazu mal ein Beispiel. Was ist die Länge nur von 0, 3, 4? Richtig. Der Vektor wäre 5 lang. Haben wir ganz normal über die Wurzel ausgerechnet. Was ist die Länge vom negativen doppelten Vektor? Richtig. 10. Also das Doppelte von 5. Wenn sie es nicht glaubt, Pause drücken und nachrechnen. Die zweite Eigenschaft ist also einfach. Wenn ihr den Vektor mit nem Skalar k mal nehmt, ist das Ganze genauso lang, wie der Betrag von der Zahl mal die Länge vom Vektor. Wichtig. K ist hier ein Skalar, also ne ganz normale Zahl. V weiterhin ein Vektor. Heißt also, doppelter Vektor doppelt so lang. Doppelter Vektor in die andere Richtung, auch doppelt so lang. Heißt absolute Homogenität. Genau das haben wir gerade eben gemacht. Die Länge vom negativen doppelten Vektor ist genauso groß wie den Betrag von minus 2 mal die Länge vom Vektor. Alles also irgendwie nachvollziehbar. Wenn für unsere hässliche Strichpunktabbildung die drei Sachen erfüllt sind, dann ist es ne Norm. Achja, und immer dran denken, ob ihr im Körper oder im Vektorraum plus und mal rechnet. Nur zur Sicherheit. Hier rechts kommt ihr in unsere komplette Vektorraum-Playlist. Da prüfen wir in einem Video sogar, ob was ein Vektorraum ist. Unbedingt anschauen.